Moin Moin Kinder und herzlich willkommen zurück zu Let's Play State of Decay. Äh, Lifeline. Wer hat von Let's Feel Personen retten? Ach ja, da war ja was. Also ich habe zur Zeit keine wirklichen Missionen, das kann aber noch kommen. Schauen wir uns mal lieber um. Kann ich hier noch irgendwas verbessern? Guck mal, ich kann diese... diese Kacke hier mal bauen. Guck mal, das geht ja auch alles fix wie nix. Kaserne einrichten. Kommandozentrale einrichten. Vorratsraum. Landezone. Oh ne, jetzt habe ich nicht genügend Materialien für die Landezone. What the fuck? What the fuck? Na gut. Ähm, dann wäre es vielleicht ganz sinnvoll irgendwo nach Baumatz zu suchen. Mal wieder. Das ist hier wohl ein sehr beliebtes Thema. Na ja, was willst du machen, ne? Kannst du inaktiven Soldaten bestimmte Strategien zuweisen? Okay. Warte mal, da ist doch ein Aussichtspunkt. Machen wir den nochmal klar. Und dann können wir hoffentlich auch sehen, was hier so... Oh, ich sende nur die Koordinaten. Das war ja gar nicht hier oben, das war ja hier vorne. Das Ding fängt ja hier unten schon an, du. Das ist ja der Wahnsinn. Dann muss ich ja richtig hoch. Ah ja, okay. Will ich vielleicht Glück haben und hier ist was drin? Neu und entdeckt. Ja, aber nach Baumatz sieht das hier nicht aus. Da ist auch einer. Ist das dein Ernst? Da steht, ich könnte mein Tagebuch... ...aufrufen, um zu wechseln. Das ist voller Bullshit. Ne, ich wechsle jetzt echt mal, weil sie ist echt schon voll am Arsch. Alter, what the fuck, ey. Achso, warte, erst mal erkunden kann ich ja, glaube ich, ne? Dödödödödödöd. Damit du schwerer zu entdecken wirst das so. Jaja, ich bin grad wieder ein bisschen verwirrt. Es ist ein paar Tage her, seit ich Self Decay gespielt habe, deswegen... ...muss ich erst mal drauf klarkommen. Die letzten Tage jetzt eher... ...Cast Away Paradise gespielt. Das ist ja nun mal echt so... ...das totale Gegenteil von diesem Spiel. ...Hallo. Ja, 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 drum kommen wir an bei uns. Aber erst mal möchte ich mich hier ein bisschen umschauen. Hm? Campingplatz. Ich hätte das gedacht. Auf der Autobahn sind Fahrzeuge. Lagerhaus, da finden wir vielleicht was. Ich habe noch einen Unusual. Ich habe noch einen Unusual. Es gibt ein Frik da. Ein Frik? Campingplatz? Ok, dann. Ich hab's. Hä, ich muss irgendwas übersehen haben. What the shit? Wo denn? El Blindo, oder wat? Kann ja wohl nicht angehen. Oder sagt sie halt einfach gar nichts, wenn wir fertig sind? Normalerweise steht dann noch so was wie Ja, du bist fertig. Danke, tschüss. Aber was gibt es hier wohl gerade nicht? Hä? Na gut. Dann nicht. Das ist ein langer Weg in den Runden. Ja, ich bin ein langer Weg in den Runden. Wuuu! Dach, Haube, die Grehhound 1. Komm her. Das ist Grehhound 1. Wir haben eine Position in der LZ fortified. Der neue Outpost benutzt, der Anruf von Black Friday. Okay, Black Friday. Du hast neue Orte. Ich habe zusammen eine Liste von Leuten, die mit Dr. Horn arbeiten. Leute, die wissen, seine Forschung und vielleicht können eine Unterschiede. Wenn sie einen von ihnen sind, dann vielleicht können wir das Ding noch nicht salvieren. Just tell us where to go. First up is his Ex-wife, Julene Horn. She's a surgeon at University Medical. She was being ground evac on the other side of town. But the way the highways are jammed up, we think she's stranded. Get to her last known location, track her down and bring her in. Doghouse out. Gut, ich denke, das können wir machen. Wir wollen uns erst mal entweder verstärken oder tauschen mit irgendjemandem. Weil, wie gesagt, das ist mit den reduzierten Hitpoints jetzt gerade ein bisschen scheiße. Und ich wollte gucken, ob, wenn wir irgendwo ein Lager haben, ob ich dann mir einen Schalldämpfer holen kann. Weil ich meine, ich habe keinen. Ah, siehst du mal? Weil, das denke ich mir schon die ganze Zeit, das wäre vielleicht sogar richtig sinnvoll. Lisa Janssen, okay. Und du übernimmst. Und du kommst mit 20 Einfluss. Oh, das ist ja, das ist ja preiswert. Das ist ja preiswert mit 20 Einfluss. Hm. Vielleicht in einem der Gebäude? Geht da vielleicht was ab? Tja, ich wüsste ja nicht wo. Sieht doch irgendwie alles nicht danach aus. Ach, es ist so verwirrend. Abwehrmaßnahmen, okay. Na gut. Also gegenwärtig weiß ich nicht, wie es hier weitergeht. Macht aber auch nichts. Wir haben nämlich eine richtige Mission bekommen. Was ist das? Vorräte. Julien Horn retten. Ich will gar nichts sagen. Ich glaube, das ist ein bisschen wichtiger. Allein schon, weil sie rot ist. Und die Hände nach oben hat. So, dann nach Priorität. Danach das. Und dann das. Aber die machen wir auf jeden Fall zuerst. Das denke ich ist am wichtigsten. Aber wie gesagt, ich bin mir auch nicht sicher, wie das jetzt hier in dem Spiel überhaupt ist. Wie das da mit den Prioritäten ausschaut. Oh. Das war jetzt ungut. Wir machen euch ja auch nicht komplett platt, weil... Ach, verdammt. Damit hast du dich gerechnet, du Penner, ne? Du kleiner Penner. Das hätte knapp werden können. So, halte aus, Julien! Die Atmosphäre ist hier schon ziemlich geil. Weil ihr braucht halt wirklich diese Großstadt, diese Hochhäuser. Das ist schon ganz geil. Boah, kann ich hier die Rampe benutzen? Warum mache ich das jedes Mal? So, dann sind wir inmitten von Zombies, ey. Oh. Was haben wir denn hier für eine Schönheit? Geht aus dem Weg. Das Auto ist, glaube ich, ein bisschen zu groß. Aber wir kriegen das doch hin. So. So. Na gut. Die Rampe war also keine gute Idee. Das Schöne ist ja, dass hier halt wirklich diese... Weil, wie gesagt, diese Schnellstraße, Autobahn, was auch immer das ist... ... ist. Die wollen aber wirklich, dass ich diese Rampen benutze, kann das sein? Weil es gibt es aber sonst keinen großartigen Weg hier. Weil... Ist nicht der in Ernst, oder? What the fuck, ey? Gut, Polizeiauto. So, das ist schon das dritte Auto dieser Mission. Der wird wahrscheinlich auch gleich explodieren, ne? Achso, wir sind schon da. Hallöchen. Sehr gerne, doch. Wo ist jetzt unser Auto? Warte. Da ist ja praktisch um die Ecke, ey. Ach. Ach ja, ist ja gar nicht weit weg, ne? Das war ja praktisch um die Ecke, ey. Oh. Nein! Expressway stand da. Ich hoffe, dass irgendjemand von euch eine Ahnung hat, an welchem Ort das hier vielleicht nachempfunden ist. Also ich nehme mal an, dass das irgendwo in den USA ist. Da haben wir ein bisschen gelögt. Gut. Irgendwo in den USA sollte es wahrscheinlich sein. Mist. Das war nicht der Plan. Oh, die schöne Gegend hier. Lass doch nicht zu, oder? Ich meine... Hallo? Lass mich in Ruhe. Was auf der Karte steht... Keine Ahnung. Ich konnte zumindest nichts erkennen, was vielleicht irgendwie der Name einer Stats sein könnte. Oh. Was ist hier los? Das ist dein Haus? Ich habe keine Ahnung, diese Leute. Hey, ich kann ihnen helfen. Ich bin in den Reserven. Trained in Fort Sam Houston. Outstanding. Wir haben das. Mist. Oh, geil. Er hat einen Katana. Ich will auch einen Katana. Oh, kein Schock. Verdammt! War ich eine Sekunde zu langsamer? Das ist jetzt echt schade. Na ja, was willst du machen? Okay. Krankenschwester! Yay! Mal nachladen, bitte. Das war eine Panikreaktion, eine Million, ne? Okay, ich finde es relativ cool, dass sie diesen Infektions-Set auch so ein bisschen in die Story eingebaut hat. Oh. Oh. Oh, sicher, sicher. Gut. Ich glaube, ich weiß, wo ich seine Nase stehe. Wie viele Mal habe ich ihm gesagt, dass er seine Scheiße ausgesucht hat? Suche schnell, okay? Ich will es ausleben. Fortschritt sammeln. Ah, okay. Das heißt, hier muss man wahrscheinlich wieder alle möglichen Sachen durchsuchen, in der Hoffnung, da was zu finden. Geil! Ne, ne, wir suchen hier nicht schneller. Ich glaube, ich habe durch meine Schlürze schon genug Zombies in die Richtung gebracht. Ähm... Bakizashi! Popli-Geschwert aus einer spätabendlichen Werbesendung. Süß! Das war ein beeindruckendes Herz für gute Glück. Ich will auch so ein fucking Schwert haben, ja. Das ist ja voll geil, ja. Okay, sie ist mit dem Suchen gleich durch, von daher. Pierschneider-Klingel. Hm. Na gut. We're good. Greyhound 1 to Black Friday. We're on route with Dr. Horn. Let Doghouse know we're ready for extraction.